Krasnoyarsk, Geburtsstadt von Helene Fischer Wussten Sie, dass Helene Fischer, die zu den erfolgreichsten Sängerinnen Deutschlands zählt, in der sibirischen Stadt Krasnoyarsk als Russlanddeutsche geboren wurde? Sie kam am 5. August 1984 zur Welt. Ihr Vater arbeitete als Sportlehrer, ihre Mutter als Ingenieurin an einer Hochschule. 1988 siedelte Helene mit ihren Eltern nach Deutschland aus. Sibirien, das Land des Unbekannten, ist für viele ein Synonym für den ewigen Frost. Für die Mehrheit der Menschen, sogar in Russland, bleibt diese Region ziemlich unbekannt und geheimnisvoll. Einst von den Mongolen besetzt, wurde es später vom Russischen Reich erforscht. Heute ist Sibirien eines der acht föderalen Bezirke Russlands. Sibirien, das ständig verschiedene Expeditionen aus dem europäischen Teil Russlands zur Pelzjagd, zum Goldbergbau und zur riesigen natürlichen Ressourcen anzog, entwickelte eine einzigartige Mischung von Kulturen, die zusammengenommen wurden. Heute lernen wir die sibirische Stadt Krasnoyarsk-Nähe kennen, die Stadt, wo Helene Fischer aufwachsen und auch wohnen könnte. Sie liegt 4000 Kilometer von Moskau entfernt am Fluss Yenisei und an der Transsibirischen Eisenbahn. Krasnoyarsk wurde 1628 als hölzerne Festung durch einen Kosakenverband als Krasnoyarsk, schöner oder roter steiler Abhang, von Andrei Dubenski gegründet, um die Stadt Yeniseisk vor den Angriffen der Kirgisen zu schützen. Heute ist Krasnoyarsk das größte Kultur- und Wirtschaftszentrum in Ost- und Zentralsibirien. Die Bevölkerungszahl beträgt 2018 1.090.811 Einwohner. Somit ist Krasnoyarsk nach Novosibirsk und Omsk die drittgrößte Stadt Sibiriens. Die Stadt hat viele historische Sehenswürdigkeiten und Kulturdenkmäle zu entdecken. Das Krasnoyarska Leninmuseum war das letzte seiner Art. Es wurde im Perestroika-Jahr 1987 eröffnet. Lenin weilte mehrere Wochen in der Stadt, als er wegen Gründung einer verbotenen sozialistischen Vereinigung nach Sibirien verbannt worden war. Nach dem Ende der Sowjetunion erfand sich das Museum neu als Kunst- und Kulturzentrum, das sich mit dem sowjetischen Erbe kritisch auseinandersetzt. 1997 wurde das Haus zum besten Museum Europas gewählt. Fünf Jahre später fand hier die erste Museumsnacht in Russland statt. Der Alltag spielt sich zum größten Teil im Stadtzentrum am linken Jeniseeufer ab. Entlang des Jeniseeu, der in Krasnoyarsk rund zwei Kilometer breit ist, befindet sich eine schöne Uferpromenade, wo man besonders im Sommer sehr schön spazieren gehen kann. In Krasnoyarsk findet man eine Vielfalt von Architekturstilen. Von dem Viertel der Isbars, traditionelle Holzhäuser, bis hin zu Fußgängerzonen mit Fassaden wie in St. Petersburg. Die Stadt unterscheidet sich durch schöne Landschaften, Berge, den mächtigen Sibirischen Wald und den berühmten Naturschutzpark Stolby, dessen Territorium 47.000 Hektar beträgt. Hier liegen hoch über dem gewaltigen Jenisee Felsenformationen ähnlich der sächsischen Schweiz. Krasnoyarsk ist nicht zuletzt ein wichtiger Industriestandort Russlands. Zu den berühmtesten Sehenswürdigkeiten der Region gehört auch der Sayano-Schuschenske Stausee. Der Stausee und das Kraftwerk wurden nach dem umliegenden West-Sayan-Gebirge sowie dem insbesondere in der sowjetischen Periode symbolträchtigen Ort Schuschenske benannt, in dem sich Staatsgründerlinien von 1897 bis 1900 in der Verbannung befand. Das Kraftwerk wurde 1963 bis 1988 gebaut und ging 1978 ans Netz, um die Aluminiumproduktion mit Strom zu versorgen. Die Kraftwerksleistung beträgt 6.400 Megawatt und pro Jahr werden etwa 25 Milliarden Kilowatt produziert. Zu den berühmtesten Kindern der Stadt zählen der Schriftsteller Viktor Astafjev und der Maler Vassily Surikow. Besuchen Sie Krasnoyarsk und räumen Sie mit dem Vorurteil auf, dass Sibirien nur von Bären bewohnt wird. ... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020